Jo Leute, ein neuer Roofless Vlog. Wir sind bei dem Sport hier. Domi ist auch am Start. Patrick ist auch da. Und wir starten gleich in die Session. Los geht's Digga! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Der Domi testet gerade die Katze an. Da. Von hier da rüber. Das Problem ist hier, dass sehr wenig Anlauf ist. Aber vielleicht finden wir dafür eine Lösung. Wow, okay. Sollt's sich rausgehen? Ja. Ja, hoffentlich. So soll's gehen. Ja. Ja. Das war jetzt wieder ein klassisches, einmal zu kurz, einmal zu weit. Und das dritte Mal wird er gemacht. Niemand kommt. Alles safe. Yeah, boy! Nice! Richtig geil! Richtig geil! Richtig geil! Versuch Nummer zwei. Aber der wird's jetzt. Richtig geil! Ja! Perfekt! Richtig geil! 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 Okay, wir drehen uns mal hier auf und dann geht's los. So, genug mit dem Aufwärmen. Und jetzt sind wir beim Hauptspot. Jetzt geht es richtig los. Jetzt wird richtig geballert. Richtig geballert, ja. Los geht's. Was denkt man so von so einem Sprung? Da geht einem so einige. Komm zurück. Ja. Woah. 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 Komm. Komm. Yes. Okay. Ich kann nicht, dass ich den heute schaffe. Ich kann nicht, dass ich den heute schaffe. So. Richtig geiler Spot. Waren wir erst einmal bis jetzt. Woah. Vielleicht nochmal. Woah. Woah. Schön. Piste. Perfekt. Bis zum Tag. Bis zum Tag. Bis zum Tag. Boah. Ja. 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 Okay, das passt. Ah, der ist gründig, Mann. Gründig wie diese Schabe. Yes. Das war gut. Das war auch mal der Front. Boah. Boah. Geil. Komm. In einem. Ja. Boah. Das war's für heute mit Training. Wir sind beide schon ziemlich erledigt. War trotzdem eine geile Session. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Falls ja, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Vlog. Fast hab ich's vergessen. Einige Leute haben uns gefragt, wie und wo man genau Parkour in Wien lernen kann. Unser Freund der Patrick, der vorhin schon im Vlog war, leitet einen Verein. Raw Movement heißt der. Wir verlinken euch den unten in der Description und das ist auf jeden Fall die richtige Adresse für Parkour in Wien. Schönen Abend noch. Servus Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.